3, 2, 1 Darf ich davon aufhängen? Hallo! Er hängen, meinst du? Hallo! Beides Mach das ruhig Seh ich kein Problem drin Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, was ich jetzt mache Komm mit Das soll eine Warnung für alle anderen sein Wo ist er hin? White Trader Genau Hast du gut erkannt, Mark der hat mir mein damon gestohlen sein damon ne der die spontan aha anton ist also traiter was ich bin die detektive aua da ist jemand tot das hat sich als schaden angehört hat sich mal jakob angehört ist er jetzt wirklich tot dann ist es dann ist es sie hat aber eine leiche hingelegt was ein ass die leiche dahin gelegt die leiche ist wohl am spirit gestorben ich habe ich habe getrunken sehr gut kann ich jetzt auch nur bedingt was für ich hab mir unendlich freundlich ist auch mies also Ich wollte gerade sagen, ich habe mich gerade einmal durchgekauft durch alles Ja, voll geil, ich wollte auch sowas Ja, ich habe auch richtig geshoppt Und dann hat Darn alle schon gekillt währenddessen Ich dachte, wir übertreiben jetzt und Darn Easy Snacks Konntest kaum abwarten Ja Alle gönnen sich alle Buffs, alle Damage Mirror, los geht's Alter, der Damage Mirror ist leider ziemlich schwach Ich muss mal gucken, ob der Also es gibt zwei Versionen, ich weiß nicht, welche ich von beiden habe Speed up Okay Er ist verrückt Oh, der Kronleuchter wurde fallen gelassen Ja, sorry, ich habe zu spät gedrückt Das ist eine Tür Ich weiß Ja, ich weiß Ja, ich weiß Eigentlich müsste hier der Mopsi, der kann sich ja bestimmt mal hier so ein bisschen damit auseinandersetzen Eine Map zu bauen, die von Spuk in Hill House Ja, genau Was soll ich noch alles machen? Das wäre cool, wenn du das mal machen könntest Das wäre echt mal ganz nett, wenn du überhaupt mal was machen würdest Ja, außer immer nur da zu sein Und Scheiße zu labern Danke, danke Endlich verstehst du es Wer ist gestorben Muss ich hier irgendjemanden abballern oder so? Ich habe nur Schüsse gehört Ich habe auch nur Schüsse, ich weiß auch nicht wo Ich habe Schüsse gehört Auf jeden Fall nicht auf meiner Etage Also im Hauptgrund Ich glaube oben, oder? Ich weiß nicht Ich habe es nicht gesehen Ich wollte es gerade sehen Tue er seine Augen auf Du selber Du Zehn Boah Bei dir Hals-Hals, Sarah Aber gut Das liegt vielleicht am Raum Hat jemand da was gelegt? Melone oder sowas? Ja, habe ich auch gehört Ich finde sie, ich finde sie Hä, Marco ist da Niemand muss sie finden Ich hoffe, dass ich sie nicht finde Ist durch die Schüsse eigentlich jemand gestorben eben? Glaube nicht Nee, das war ich Ich habe es auch gesehen Aber ich wusste nicht, ob ich es sagen soll Dass ich das gesehen habe Oh mein Gott Kein Problem Wurden auch mich alle abgeladen Aber ich bin einfach runtergegangen Ich mache die Tür zu Ah, nein Au, au, au Der im unteren Stock hat das da gemacht Der ist durch die Tür Also auf jeden Fall nicht Nicht Marco und ich Auf jeden Fall nicht Kai Weil auf den ging sie Genau hinter dir gewesen Au, 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 au Aua, au, au Oh, ich stirbte Mobs die da durch Also, da ist mir da rausgekommen Wo ich denke, wo der Meinen-Placer hingegangen ist Äh, nein Da war aber sonst keiner drin Ja, also Warst du's, oder? Ich weiß nicht Ui Ui Sind das jetzt noch mehr geworden eigentlich? Ich glaube, das Nee, das ist nicht random Oh Wusstest Da hat jemand einen Headshot gekriegt Oh, er schießt er mich unten, 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 unten Was ist denn jetzt, oben oder unten? Irgendwo bei Ah Ich habe Oh, hier liegen eine Menge Lote-Leute Lote-Leute Was? Ja, Lote-Leute, Alter Immer diese Lote-Leuten Wer ist denn hier? Alles gestorben Dates ist auch Oh, fuck Und Mobs die ist der andere Easy-Snack Ich habe gerade auf meine Oh Ja, komm, mach dich unschuldigen Bringt alle um Wir sind hier voll viele gestorben Ich habe aber nicht alle von denen getötet Ich habe dich getötet Ich habe nur Jens getötet Ja, das hat man gehört Ja Da habe ich leider nicht mehr dran gedacht Ja, Jens töten bedeutet immer selbst zu sterben Gerade wenn er Ja, wenn er Dieter ist Ich habe mich so geforscht fressen Verdammt Ich habe gerade hier Moonbolts hier hinterher geworfen Oh nein Oh nein Ich bleib bei Kai Sorry Marco Ich bleib bei mir Das geht einfach Sorry Marco Wir sterben zusammen Wir sterben einfach zusammen Ja, drei Akku Kopsi, sterben wir zusammen Ja Oh, ich sterbe so schon Ich will euch Vielleicht überleben Doch nicht Alter, hallo Oh, Eier, ey Wo ist Kai? Wo ist Kai? Bist du Kai? Ja Okay Oh, oh, oh Kai, Kai, war das? Er war gestorben, aber er war noch weit genug weg Natürlich stimmt Marco, natürlich Bist du gestorben? Wer? Der Himmertoni Nee, hab mich nicht erwischt Natürlich stimmt Marco War ja klar, ne? Aber Marco, der stirbt immer Die Zeit war doch noch gar nicht oben, oder? Äh, gute Frage Vielleicht Ja, stimmt allerdings, ne? Mob City ist doch als erstes gestorben Ich bin da auch gestorben, ja Warum bin ich gestorben? Ich weiß es nicht Warst du zu nah bei ihm? Du hast es wohl verdient Eventuell, ne? Was heißt das? Ach, das mit der Crowbar, ne? Ja, mit dem Schuppen Und Schlagen leider auch Echt? Hm Oh, ein Hit oder wie? Nee, aber ziemlich viel Schaden Was hat mich geschossen? Was war das? Was hat er denn hier, Alter? Dann hat er mich geschossen Was ist das? Ich hab keine Ahnung, was das ist, Alter Oh, jeder hat eine Stun Gun Nee, das ist so ein komisches Gerät Und dann Oh mein Gott Scheiße Wer auch immer den Dete gerade getasert hat Der ist zum Abschluss freigegeben Das war Anton Oh mein Anton ist ein Traitor Ich hab mich getroffen Ich hab mich getroffen Alles ist das? Hara war das Ich hab mich getroffen Hara? Nein Doch, doch, doch Adam Jetzt hab ich geschossen Oh Ey, wer war das? Wann war das noch jetzt? Der hatte aus dem Keller Hat mich auf mich geschossen, ne? Oh, oh Schieß denn hier auf mich? Niemand hat Hallo gesagt Was ist das denn für ein Ding, ey? Irgendjemand hat meinen Roboter verärgert Ja Ja, der Traitor Mein Roboter brauchte das Achso, ah, der Kumpel Könnte Kai gewesen sein Mit seiner Katze Ich? Ja, ich hab gerade eine Katze gefunden Geil, ne? Das Ding hab ich ja noch nie gesehen, ey Muschel Hä, achso Hast du so lange Bist mitgespielt, dann? Ja Wie liegt ne Turtle? Mach sie kaputt Wieso, sie funktioniert noch Das ist nichts verschwinden, ja Das befürchte ich auch Dass sie noch funktioniert Ich muss unbedingt das Weihnachts-Pack mal deinstallieren Ich hab die X-Mas-Grenades bei mir deaktiviert Sind bei mir alle noch eingepackt Du bist noch eingepackt So, Dan, bist du Wer ist denn jetzt noch Also ist Kai der Letzte, oder was? Wer lebt noch? Der Jens lebt doch auch noch, oder? Jens? Ui Okay, der Jens lebt nicht mehr Vielleicht hätte Jens die Turtle gefunden Ne, das hätte ich glaube ich Also der Dan, der Dan ist verlässlich Der Kai ist grob Was ist das? Das steht bei mir, wenn ich auf den Wenn ich auf den Ziele Wenn ich auf den Ziele steht Beim Kai grob Und das hat er recht Und Lara ist gerade den unglücklichsten Tod auf dem Planeten gestorben, ey Weil ich in die Turtle Mine getreten bin Ist der Detective davon getroffen geworden Und deswegen hat der Roboter auf sie geschossen Ja, bitter Ziemlich bitter Ja, legt euch nicht mit meinem Roboter an Ja, vor allem, ich hab die Kröte einen Moment zu spät geworfen Weil sonst hätte es ja ihn erwischt Wenn er wieder anstunt gewesen ist Und dann wäre er direkt tot gewesen Ja, aber nee Jakob kriegt's halt einfach timingmäßig nicht hin Wir müssen jetzt von einem Zimmer zum anderen rennen Gute Ansage, ich versteck mich Wieso, was gibt's in den Zimmern? Weiß ich nicht, so ist das im Film Wer ist dieser Reiter da? Der shoppt denn da hinten? Oh, was ist das? Gold ist shoppt im Zimmer Gold ist shoppt Jemand, der links rumläuft in den Geheimgängen In den Geheimgängen hat ihn noch mich aufgeschlossen Oh, Marco, okay Ja, ja, ich hab das alles Kolumbus, ey, der shoppt da oben Genau da lang, der shoppt da oben Ich zeig ihn euch, da oben Kolumbus Kolumbus Der stand im Zimmer in der Ecke Hat mich nicht gesehen und hat in Ruhe geshoppt Okay, Marco, ich hab ihn leider nicht gebrochen Ich hab noch gesagt, ich versteck mich Ja, er hat's gesagt, er versteckt sich Das ist einfach, ne? Au, au, au Um zu schaffen Oh, da ist hier Blut Nicht getroffen Hä, wo ist Jens hin? Warum ist hier Blut? Ah, der wird runtergefallen, Jens, oh, verdammt Hey, au, au, au Jakob, 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 schießen Jakob, bist du Flammen aufgegangen? Ja War Jens tot, oder was? Nee Hä? Ja, er hat trotzdem einen gekillt Er hat trotzdem einen gekillt, oder? Wer? Wer hat wen gekillt? Ich kapiere noch nichts Einer ist doch gestorben, oder? Marco, warst du tot? Nein Fade Wir sind auch im Fade verreckt Ja Ja, ich war nicht tot Oh, ach so Oh, shit, Marco Ich hab's voll vergessen, ne? Ich hatte es halt voll vergessen tun Oh, nochmal Oh, shit Klick, 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 klick Danke, Marco Dan ist bestimmt tot Von dem hab ich noch nichts gehört Ja, der Wir reden viele nicht mehr Dan wurde ja auch gekillt Deswegen hat er ja auch ein Fade abgekriegt Bestimmt Ah, okay Was denn los, Kai? Du bist auch verdächtig Ich lauf die ganze Zeit nur im Kreis Ich muss dir mal ganz offen sagen, also Okay Dann ist okay Das ist okay Wer ist denn das schon wieder? Kai Ich sag schon wieder, der Jens Leiche Sieht nach nem Doorbuster aus Ey, Sarah, hilfst du mir bitte? Ich wurde gepanikert Direkt draußen Direkt draußen, Hilfe Direkt draußen Oh, danke Ja, lass mir doch mal Da ist jemand Wer war das? Ich bin wer? Da ist die Leiche in dem Raum Ah, Smotzer Wir sind nur noch zu dritt Aua Einer von euch drei ist es Ich bin weg Macht das unter euch aus Ich hätte Kai nicht helfen müssen Ja, das stimmt allerdings Jens, kann man nicht so auf mich zu gerannt? Oh nein, Hilfe, hilf mir Der war der Stand Ich bin auch verpanikel Ja Du bist es doch safe Kai, wir sind panikel Danke Sarah ist es auf jeden Fall nett Kai, unten hat doch gerade auf mich geschossen Jens, muss es sein Wieso schreibt Jakob was in den Chat? Warum? Weil ein Gangster ist vielleicht Zeig mir mal Ach, weil der lebt Hä? Ach, der ist wiederbelebt Und Traitor Oh Zeig mir mal Ich bin jetzt im Raum unten Bist du's? Oh, Sarah schießt mich an Hilfe Da ist er, da ist er Oh, Mann, Alter Danke, Sarah, mich noch weggemacht Ja, sorry, du Oh Niemand nimmt den Roll-Defi von Mopsi Nimm ich ihn doch Geil Hey, wieso von Mopsi? Mopsi hatte ein Roll-Defi Äh, er war Traitor Oh Ich hab ein Roll-Defi gekauft Dann überlebe ich ihn doch gern wieder Meinen Kollegen Aua Was für eine Verschwendung Oha Oha, ich hab die Runde gewonnen, dann äh Oho, oho Bewegt euch, Leute, bewegt euch Oh Das ist das, dass ihr Oh ja, okay, jetzt kommt Oh nein, doch nicht hier Oh Gott, oh Gott, Alter Ich komm nicht mehr aus dem Raum raus Die steht direkt in der Tür Ist das hier meiner? Ne, das ist nicht meiner Welcher ist ein Miner? Scheiße, ich kann so Oh, Alter, jetzt ist er mal tot Ich komm nicht aus dem Raum raus Das ist meiner, okay Gut Nein, ich hänge fest an ihm Der ist tot Ich bin safe kill Ich muss irgendwas choppen Ich bin, ähm, survivalist Ach, hat jeder so'n Scheißding hinter sich, oder? Ja Ich komm mich hier wieder raus Ich komm Ja, ich komm nicht mehr aus dem Raum raus Sie steht genau in der Tür Ich hätte gern irgendwie Second Chance Wieso gibt's das nicht? Hm, hm, hm Nehm ich halt das Jens, dass du es nicht wolltest, enttäuscht mich ein bisschen Oh, meine ist weg Wie, deine ist weg? Also, meine ist aus der Tür raus Ich kann aus dem Raum raus Ich laufe einfach als hin und her Oh, nein, ich hänge fest Ist noch jemand tot? Oh, hier ist sogar ein Geschenk von mir bekommen Eine Bärenfalle Wie bitter Einfach auf der Scheppe geschlafen, ey Das ist halt echt ein dummes Ding Ja Gib's doch zu, Sarah Du wolltest dich rechnen, weil ich dich vorhin mit der Turtle gekillt hab Hä, was hab ich gemacht? Tu, du Du hast mich auf der Turtle blockiert Achso, oh, sorry Oh, sorry Was hätt ich denn machen sollen? Sorry In den Tod Damals spielt doch irgendwas mit, sorry Stimmt, der ist schon ziemlich lang weg, oder? Ja Wer? Ja Damals Du, wir sind ja jetzt schon so viele Ist aus dem Fenster gefallen Oh, nein, asozial, oben wurde ich abgeschossen mit dem Baby Ganz oben Ja Also dann ist es nicht Also dann ist es nicht Nicht Jakob und nicht Marco und auch nicht Dahn Und nicht Sarah, alle hoch jetzt Zugriff Der, der es war, nur zur Info ist, hat mir 15 Schaden gemacht Der wird sich ganz schön ärgern Ja Jeder andere wäre gestorben, aber Kai gibt nur 15 Schaden Sieht aber mehr aus als 15 Schaden Ne, 15 Easy Snack Okay So, wen habe ich heute besonders lieb Mich Okay Nein, kommt mal zurück Die zwei, die zwei zurück, bitte Marco und Mopsi zurück Zurück in den Raum Los Ja, wenn Marco zurückgeht, gehe ich auch zurück So Okay Okay Kämpft rum Also Nicht, nicht, nicht killen Oh Oh, Koloss Scheiße Nein Was war hier los? Ja Ich habe zu spät realisiert Ich habe zu spät realisiert Ich kann ja ... ... ... Also ... ... ... Okay. Das war's für heute. Das war's. Oh Bonjour.